Ja, okay, kann weitergehen. Kann weitergehen? Kann weitergehen. Geht weiter. Hallo, es geht weiter. Da sind wir wieder. Weiter geht's. So, die letzte Folge war entspannt. Wir haben ein paar Mieter zu uns geholt und heute machen wir mal ein bisschen Action. Ein bisschen Action. Action, 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 Action. Ups. Ja gut, ich gehe mal auf mein Schiff und wir gehen in dieses Labor. In dieses gruselige Labor. Gehen wir in dieses gruselige Labor? Ja, gehen wir. Habe ich jetzt so entschieden. Ich bin ja hier eh, ähm, hier, ähm, wo ist es denn? Ach, jetzt gerade nicht. Hier oben da. Ich bin ja eh hier, Leader. So, äh, okay. Was bist du? Leader. Ein Leader? Ein Leader. Ich singe jeden Tag Leader. Äh, äh, altes Apex-Labor. So habe ich es, glaube ich, bitte. Was, altes Apex-Labor? Apex-Labor. Apex sind ja die Affen. So, ich bin da. Kannst kommen. Okay, einen Moment, einen Moment, bitte. Bitte, einen Moment, einen Moment. Eine, einen Moment, bitte, einen Moment. Warte, das. Jetzt überventiliert sie. Jetzt muss ich sie gleich retten. Mit einem Zungenkuss. Was? So. So. Ach, krass. So, ähm. Was, was denn? Was hat er bisher? Cool. Für Vodo. Ja. Kleine Wurm muss sterben. Okay. Hier sind jetzt Mutanten, oder was? Weiß ich nicht. Wir müssen abwärts, denke ich mal. Oh, Alter. Lavalampe. Take it. Früher hatte ich so eine, ne? Ich hatte tatsächlich, ich wollte ja mal eine, ich hatte aber noch nie eine Lavalampe. Ich hatte diese, kennst du diese, diese Kugeln mit diesen Blitzen drin, wo du die Hand drauf tust, Fanny? Ja, ja, ja. So was, so was hatte ich. Davon hatte ich. Und Schwarzlichtlampen und so. Wegen 90er. In den 90ern war das so. Da hatte man überall Schwarzlichtlampen, überall. Überall. So. Ja, hier draußen ist ja jetzt nicht so viel Action. Ich würde sagen, wir gehen mal runter. Do not enter, steht da. Sollen wir trotzdem runter? No, no. Ui. Abwärts finde ich es immer gruselig. Das mag ich immer nicht. Quatsch. Oh, hier ist eine Truhe. Aber, okay. Na, nicht spannendes drin. Eine rostige Truhe. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer weiß, was uns hier ist. Das ist irgendwie gruselig hier unten. Oh, da ist ein Viech. Iiii, guck, da ist so einer. Iiii. Iiii. Guck mal, wie der aussieht. Der ist ja eklig. Hä, da kommt man ja gar nicht rein. Musst du, glaub ich, aufbauen. Hier ist es eine Truhe. Ah, ist eine Tech-Karte drin. Kannst du haben. Kannst du haben. Und die Dame hat ja schon alles, ne? Die grüne Lampe hier ist cool. Wie nehm ich mit? Geil, lass also dich drin. Nimm mal du das. Was denn? Wo? Da, ja. Das hier? Fuck you. Oh. Au. Ey, stirb doch. Das ist gruselig hier unten. Guck mal, da unten ist voll rot. Ich seh nix. Ach so, du bist ja nicht so weit. Entschuldigung. Dann müssen wir da hin. Aber da ging's doch runter, ne? Ja, warte, aber hier geht's doch hoch. Hier oben ist noch was. Aber nichts Spannendes, glaub ich. Ach so. Bomben. Nimm ich. Au. Ich find die Türen ganz cool. Okay. Du hast nämlich auch mit. Das ist bisschen. Und das auch. Doof. Ach, da geht's nicht los. Okay. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Hm, gruselig hier unten. Hey, da ist alles zu. Wir gehen klar. Muss man aufbauen. Keine Ahnung. Das macht doch gar keinen Sinn. Oh. Hier, Upgrade-Modul. Flaggender Fernseher. Alles klar. Oh, ich muss, da sollte man die Waffe nehmen. Dann kann ich auch schlagen. Hier geht's irgendwie nicht weiter anscheinend. Oh. Geld. Und so. Nichts. Okay, müssen wir zurück. Nichts natürlich. Pallad, da gibt's Stacheldraht. Der ist natürlich cool, Link. Damit kann man schön das zu Hause dekorieren. Zu Weihnachten mit Stacheldraht. Hier unten, da geht's aber nicht. Hier unten geht's weiter, glaube ich. Ah, ja, ich komm. Da war nur so ein Katzengespenst. Okay, das hier scheint Gift zu sein. Vorsicht. Oh, Vorsicht. Superteam. Warte. Ist mein Schuss giftig? High five. Das ist giftig, ja. Sieht man doch. So grün. Ja. Hey, guck mal, da ist auch ein Affe drin. Ich befreie dich nicht. Was ist denn da so einer? Hey, da ist schon wieder so ein Vieh. Oh. Hey, hau ab. Gehirn im Glas. Oh, die sind auch cool, die Dinger. So, bin ich mit. Der stirbt da, ja. Gut, stirb. Oh, was ist denn das? Oh, hier geht's noch tiefer runter. Eine Tarnkappe. Okay. Zeig mal. Zieh mal an. Ähm. Sieht aus wie so ein Jäger. Jeder, da ist noch so ein Mutant. Das macht meine schöne Frisur kaputt. Da ist aber nichts interessantes drin. Und hier. Ich finde es gruselig hier unten. Da ist auch noch Licht. Irgendwie links. Hä? Die sind gesteuert. Das machen bestimmt die Dinger hier. Die ist ja cool. Mal mitnehmen. Eee. Was stimmt denn mit denen nicht? Was stimmt denn mit denen nicht? Oh, 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 oh. Das sieht nach Falle aus hier. Guck mal. Ich will den Fernseher. Das sieht nach einer Falle aus. Da oben. Guck mal, da ist Gift drin. Siehst du das? Ah, okay. Hier passiert aber nichts. Jetzt. Oh. Oh. Das ist ja brutal. Cool. Brutal. Ich bin mal fast tot. Okay, die machen jetzt nicht so viel. Und hier sind die gar nicht so. Ich habe mir die viel. Ah, was ist das denn? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Oh, hier sind noch mehr. Oh, da gehen wir gleich rein. Ach, hier ist so ein... Was? So ein... Eine Tor. Hilfe. Operiere mich. Geht das an? Operiere mich. Nee, geht nicht an. Ich habe starke Kopfschmerzen. Weil ich ein Bohrer im Kopf war. Ach, hier ist noch so ein Ding. Guck mal. Da hattest du ja letztens gefragt, was das ist. Das haben wir ja beide. Komm mal hier zur Truhe. Was da drin ist. Dieses hier, weißt du noch? Da wussten wir ja nicht, was das ist. Weißt du, was das ist? Was ist das? Das ist ein Wurfgegenstand. Also so wie so ein Bumerang. Habe ich rausgefunden. Okay. Was das möchte ich jetzt sehen? Do it. Uh. Ah, das ist wie so ein Jojo oder so, ne? Habe ich mit. Okay. Du bist cool. Ach, hier unten ist auch Gift drunter. Okay. Links geht es weiter. Da ist ein großer Fisch. Nimmst du das gar nicht mit? Ich nehme das mit, das Ding. Was? Das hier. Den Operationsstuhl. Ja, klar. Was ist da? Die Pfeile sind ja gut. Der ist ja unter Wasser. Ja, ich treffe ihn. Truhe. Das ist ein Ding. Ist dein Schiff jetzt voll ausgerüstet? Äh, nee. Aber ich habe genug. Nimm das mal ruhig. Ich habe echt viele. Ich habe mir das Pfeile besorgt. Ich habe die aber auch für dich noch. Also wenn du noch welche brauchst. Ne, wir wollen das Spiel ja zusammen ähm, weiterspielen und so. Ja, ja, ja. Gehen wir schon durch? Ich glaube schon, ne? Das war's anscheinend. Ich habe mir irgendwie jetzt gedacht, es ist mehr Action. Was sind das hier eigentlich für Dinger hier? Kann man ja mal mitnehmen, ne? Mal ein bisschen abbauen. Ein bisschen lernen hier. Die Gegenstände, die Wände und so. Ja, aber irgendwie habe ich nichts gelernt. Ach, guck mal hier. Spiegel. Das hatte ich schon mal. Komm mal her. Das hier. Mach das mal ab da. Spiegelblock. Ja. Cool. Ah, ah, ah. Das war knapp. Ich finde die Lampen hier gut. Holy moose. Einfach so Birnen. Total Hipster. Birn. Birn. Hipster Birn. Ja, okay. Ich habe mir hier von mehr versprochen. So mit den Mutanten und so. Irgendwie. Ich gehe mitnehmen, ne? Lebenserhaltungskapsel. Schauen wir mal. Guck mal, da ist ja noch was. Oh. Ein Safe. Okay, sollen wir jetzt noch zu dem Ozeanplaneten? So einen Fall kann man auch immer noch nehmen. Ja, können wir machen. Ein bisschen rumfliegen. Mal woanders hinfliegen. Ja. Na, dann machen wir das doch mal. Ach so, hier geht's nicht weiter. Waren wir da unten? Ja. Die Türen stehen offen. Ja. Da oben wollen wir auch. Hier so ein Do-Nut-Enter kann auch nicht schaden. So. Oh, das sind hier Wolfram-Dinger, ne? Ja, Wolfram-Plattform. Ja, äh, ja gut. Ja, dann zum Ozeanplaneten. Auf, auf. Ach so, ich muss ja erst mal raus wieder. Kann ich ja nicht auf mein Chip. Oh, ja, ich nehme das auch mit. Oh, guck mal hier. Der Zaun ist auch gut. Den baue ich auch mal ab. Den Zaun? Ja, Zaun. Zaun den Lernen? Hier, den, den. Ach so. Und meine Flagge nehme ich wieder mit. Aber den kannst du mitnehmen. Den kann man, ja. Das ist, oh, ich möchte gerade hier, nee, das wollte man nicht. Ja, wo bist du hin? Weg. 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 Ich muss mal wieder hier ein bisschen. Ich habe gedacht, das wäre spannender da unten drin. Naja, also unspannend war es jetzt auch nicht. Dann fliege ich mal mit meinem Schiff zu einem Ozeanplaneten, oder? Ja, mach mal, dann komme ich sofort. Eine Spritze voll blauer Flüssigkeit, sie gibt dir Sprungkraft. Habe ich auch. Muss ich mal mitnehmen, dass ich nicht immer so doof rumspringe. So, jetzt muss ich aber mal eben gucken, zu welchem Sternensystem wir müssen. Weil das sind alles Gentle Stars. Ich glaube, wir müssen Snowy. Was ist das? Was steht da? Zack. Quest Folgen. Hier, Ocean. Temperate Star. Nochmal Ocean. Hier ist auch Ocean. Zu welchem fliege ich denn jetzt? Steht da gar nicht. Savannah. Ich nehme den mal. Jump. Nimm ihn. Nimm ihn. Halle im Haul. Ich habe schon wieder so komische Gegenstände über. Ich fliege gerade in ein anderes Sternensystem. Ach, guck mal, ich kann nicht verkaufen. Diese Fackeln. Ich brauche doch kein Schwein. Kein Schwein. Ah, so sieht das aus. Ah. Geras. Aber hier ist auch Snowy. Hier ist Snow-Dingens. Snowy. Snowy. Wo ist denn Ocean? Ach, da. Das ist Ocean? Ja. Bin ich mal gespannt. Müssen wir auf jeden Fall unsere App-Dinger aufziehen, ne? Nicht vergessen. Unsere App-Dinger? Hä? Ist das Ocean? Ja. Aber das ist trotzdem Land. Naja, ist ja egal. Risky. Oh, das ist, äh... Der Planet ist, ähm... Ja. Schwieriger als die, die wir bisher hatten. Da steht Risky bei. Okay. Hast du gehört? Die App. Das App musst du mitnehmen. Das Atem-App-Ding. Wo habe ich denn das drin? Da. Atembare Atmosphäre. Habe ich zwar... Oh, ich habe auch so eine Spritze. Grüne Spritze. Eine Spritze voll grüner Flüssigkeit gibt dir Geschwindigkeit. Geil. Ich habe voll viele Spritzen hier schon. Ja? Okay. Alles klar. Gut, weil du das sagst. Ciao. So, ähm... Ich werde mal hier noch ein paar Sachen los und dann... Können wir gerne... Aufbrechen. Äh, was wollte ich... Ne, ich wollte hier... Was hast du da? Was hast du für ein Buch? Ein Buch. Was ist denn für ein Buch? Leute, ein Buch! Ein Buch, das ist ein Buch! Liegst du jetzt einfach mit dem Buch, äh... Damit kann man lesen! Okay. Was ist denn das? Das steht auch drin! Ach, ich habe ja hier den ganzen Shit dabei. Warte mal, den muss ich loswerden. Das habe ich bestimmt schon. Krass. Krats! Krats! Guck nicht, guck nicht, guck nicht in die ganzen Truhen, bitte. Ist es hier geil? Du bist irgendwie... DHL-Konkurrent, oder? Ja. Weil die, äh... Ja. Ja. Guck nicht in die ganzen Truhen. Wie werde ich das denn jetzt hier einfach los? Oh, jetzt muss ich alles einzeln wegpacken. Ach, warte, ich nimm... Mach mir einfach eine neue Truhe. Eine goldene Lampe. Hör auf, da rein zu gucken! Kann ich daran reiben? Nimm die, kannst du da haben. Das schenke ich dir. Will die nicht. Kann ich... Kann ich an die reiben? An mir reiben? Hau ab! Kann ich an dir reiben? Nee, hau ab! Hau ab! Hau ab! Kommt dann auch irgendwas raus und schießt mich vielleicht? Lass mich doch mal an dir reiben. Warte mal, ich sag meinen Kollegen, die sollen nicht abschießen. Wo ist der Pinguin? Der macht dich kalt. Hau ab! So, ich bin jetzt... Hau ab, ich bin beschäftigt. Ach, ich hab hier noch was für dich. Was voll gut zu dir passt, hab ich extra hergestellt. Hau ab! So, hier, warte. Du perversling. Ja, hab ich... Passt zu dir, find ich. Was ist das? Oh, hab ich gegessen. Matschiger Sack. Ja, das war... Das ist eine Delikatesse. Das ist eine Hildoddelikatesse. Matschiger Sack. Ja? Ich fand, das passt zu dir. Danke. Sehr gut. Warte, ich räum eben den Schritt. Kann ich das nicht irgendwie... Gibt's da vielleicht nicht ein Kürzel, wie man das bestimmt, ne? Wie man das einfach direkt alles da reinhaut? Muss man... Gibt's bestimmt. Kann man mir nicht erklären. Gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. So. Ja gut. Wollen wir mal abwärts? Ja. Ach, sehen wir schon. So, ich muss jetzt aber jetzt wieder umrüsten. Weil das nur Deko... Jetzt. Dann geht's abwärts. Achso. Alles klar. Ja. Achso, bist du schon runter? Dann geh ich auch mal runter. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Echt? Ach, ja, aber die kriegt man bestimmt nicht. Auf jeden Fall sind wir hier auf einer Insel gelandet. Bin mal gespannt. Oh, da kommt schon der Ozean. Okay. Krass. Ich hab Angst vor sowas. Ich will das eigentlich gar nicht machen. Wir müssen. Wenn ich Minecraft spiele und da abwärts gehe, das ist ja immer so dunkel. Und da sind ja diese... Alle in den Quallen. Da hab ich immer Angst vor. Oh, Mann. Ich mach das total ungern. Komm, wir tun Quallen fischen. Oh, das ist so gruselig. Oh, das geht so tief, ey. Ich krieg Schnappatmung, ich sag's dir. Oh, Gott. Ich fühl mich nicht wohl. Ich fühl mich nicht wohl hier. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich krieg echt Schnappatmung. Oh, das gefällt mir nicht. Oh, die greifen uns an. Oh, endlich. Oh, Gott. Oh, guck mal hier. Geil. Was sind das denn für Korallen? Ja, war außer abgesehen hier. Kann man hier irgendwie... Ach, die leuchten auch. Lass die mal an. Teilweise sonst. Voll komisch. Oh, ist das gruselig hier. Das ist doch cool. Ich kann sowas nicht spielen. Da bin ich immer panisch. Was ist das? Ein Baum. Ach, das sind Algen. Geil. Gelernst du, wie man Reiskuchen herstellt? Ja, 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 ja. Damit kann man auch Sushi herstellen. Geil. Ach was. Algen, 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 Algen. Oh, hier wird's dunkel. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich will da nicht hin. Das ist mir echt zu gruselig. Das gefällt mir hier unten überhaupt nicht. Gelernt wie man Reiskuchen herstellt. Wollen wir mal links rum? Statt, äh, rechts rum? Statt links rum? Können wir machen? Ja, ist mir lieber. Komm. Wir gehen so rum. Oh, Mann, das ist mal noch so langsam, ne? Ja, ja, stimmt schon. Können wir hier auch Feuer machen? Boah. Hör mal, hör mal. Boah, wie das aussieht. Wie so ein Böller, den man unter Wasser zündet. Kennst du das? Ja, genau. Habe ich nie gemacht. Nee, hat niemand von uns gemacht. Niemand macht das. Vor allem habe ich nie einen Böller in den Gullideck reingestellt. Nee, habe ich auch nie gemacht. Nein, macht man auch nicht. Macht man auch nicht. Das soll man auch nicht machen. Das ist nicht gut für die Kanalisation und für die Tiere und keine Ahnung. Vor allem die, die da unten wohnen, ne? Ja, genau. Die Groomies, oder wie sie heißen. Groomies? Wie heißt das denn noch? Ich weiß nicht mehr. Es gibt doch dieses Handy. Diese uralte Handy. Oh, guck mal hier. Das sieht nach... Das sieht interessant aus. Ja. Wir haben... El Dorado. Nee, Atlantis haben wir gefunden. Atlantis. Was ist das? Lodge Overgrown. Wo ist das? Es ist so dunkel hier. Rebschotten-Samen. Salsa-Salat. Hä? Was? Und Siftsaft. Kann ich jetzt herstellen. Da gab es irgendwie so eine Pflanze, die konnte man ernten. Okay. Warte mal, ich gucke mal, wo die aussah. Ja, die war so ein bisschen... So ein bisschen bollig. Hey, mach nicht dunkler. Bollig? Ja, die war so... Oh, ein Fisch. Okay. Wenn ich eine finde... Beulig meinst du, oder was? Was? Beulig. Das war ein Bolle. Bolle? Was ist das? Ein Bolle? Hä? Was ist das? Ein Bolle. Ja, so ein dickes Ding. Eine Beule? Nein, Bolle. Ich kenne das nicht. Ist das irgendwas, was man bei euch sagt und nicht bei uns? Da oben kommt ein Gegner, da oben kommt ein Gegner. Feuer, Feuer, Feuer. Geht nicht. Scheiße. Feuer geht nicht. Also ich muss eine andere Waffe nehmen. Vorsicht, hier ist Risky, ne? Das ist ein bisschen... Risky? Ja. Risky ist mein zweiter Vorname. Ich muss mal eben die Lampe hier irgendwie umschichten, umlegen, dass ich eine Lampe habe. Puh, das ist mir echt gruselig hier. Gruselig. Oh, wo geht's denn hier? Oh, wo geht's denn hier hin? Du bist wieder so weit. Warte auf mich, ich hab Angst hier unten. Ich ertrinke. Ich bin doch kein Hylutten. Wo geht's denn da runter? Ne, nirgends. Da ist einfach nur Sargase. Okay. Sargase? Sargase. 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 Hä? Ich find so eine Pflanze nicht mehr. Toll, Kevin. Toll. Oh, guck mal. Ach so, das bist du. Ich dachte gerade, da sitzt einer. Ich wollte mich gerade neben dich setzen, so ein bisschen chillen. Kein, ja, nein, nichts. Hier wird nicht gechillt. Warum nicht? Das ist ja auf einer wichtigen Vision. Oh, ich hab's nicht ausgemacht. Irgendwie. Oh, ich erstecke hier. Ich werde hier sterben. Auf dem Meeresgrund. Dankeschön für die Algen. Vielen Dank. Nein, meins, meins, meins. Geht's denn da? Da geht's auch runter. Ah, ist nichts drin. Hör, warte mal. Okay, ist irgendwie im Hintergrund. Jetzt hab ich mich langsam dran gewöhnt. Ja. Ich glaub, da ist eine. Warte mal. Nee, doch nicht. Ach, guck mal, da ist was. Da, ja, das, nimm mal das. Ach, Schlingkoralle. Die hab ich irgendwie schon mal irgendwo herbekommen. Ich glaub, gekauft von einem Händler. Nee, das war das nicht. Das war das nicht. Oh, wenn ich dir das einfach stehe. Oh, hier, hier, guck mal. Was denn? Ja. Oh. Oh, Vorsicht, Gegner. Vorsicht. Oder? Bist du gut? Nee. 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 Das ist voll komisch, wenn das so dumpf ist. Ja. Ja, dann mal abwärts, ne? Boah, Alter. Wo geht denn hier hin, ey? Alter, 100 Pixel? Gross. Da ist noch eine Pflanze. Ah, warte. Hier. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm. Warte. Beulich? Die sieht eher aus wie irgendein Geschlechtsorgan. Bolle. Bolle. Was? Wie ein Geschlechtsorgan. Oh, Titan. Echt? Oh, Titan. Oh, wir brauchen unbedingt Titan. Da können wir unsere Sachen upgraden. Kommst du mit hier runter? Bitte. Ja, ich komm von der anderen Seite. Ich hab Angst allein. Oh, hier war die Dame schon. Ah ja, okay. Gegner. Oh, bei mir auch scheiße. Oh, ich bin fast tot. Ups. Ja, baut mal auf. Warte mal, ich hau mir das hier auch noch rein. So. Okay, aber hier sind gar keine Einwohner mehr, ne? Ne, es gibt wohl auch Hilottel, die unter Wasser leben, aber... Nochmal Titan, geil. Ich will auch Titan. Ich will auch Titan. Oh, Klamotten. Klamotten sind besser als Titan. Was? Ganz wahr. Ich seh voll süß aus mit meinem Schwanz, wenn ich so schwimme. Was? Siehst du auch süß aus mit deinem Schwanz, wenn du so schwimmst? Ja, klar. Geht's da unten noch weiter? Ja, klar. Ne, da war ich aber doch schon. Also nicht da in der Ecke, sondern hier so. Ach, hier geht's abwärts wieder. Abwärts. Guck mal, das ist ein Krebs. Wo? Oh Gott, oh Gott, Gegner, Gegner, Gegner. Ach so, das geht gar nicht. Das geht erst, wenn ich stehe, ist ja doof. Oh, die Lampe ist cool. Die will ich haben. Oh, ne, mit? Mach ich. Was ist das hier? Hier ist eine Tür? Eine Tür unter Wasser macht sehr viel Sinn. Oh, jetzt fließt der... Okay, jetzt fließt der Wasser rein. Oh, geil. Das nehme ich alles mit. Die sind auch cool. Oh. Nein, zumachen. Okay. Ich brauche noch einen Moment, ich bin gleich bei dir. Geht's da weiter? Äh, ja, ja, denke. Geh mal nicht so schnell voraus. Nein. Lass uns zusammen schwimmen. Komm, wir schwimmen zusammen, Baby. Oh, je. Da ist ein Fisch. Ich muss ihn töten. Töte ihn. Ich glaub, das war's jetzt. Ach ne, hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Ach so, ich hab angeguckt, ob man was scannen kann. Ach so. Ja, wir sind ja noch nicht in der Stadt. Ach, kannst du haben hier. Silent Titan. Titan mag ich gern. Oh. Warum krieg ich kein Titan? Verdammt. Ich bin auch Titan. Kann man das hier nicht irgendwo abbauen? Gibt's bestimmt irgendwo. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich glaub, so ein bisschen lila. Nein, der frisst, wie tief geht denn das? Wie tief geht denn das? Oh, hier ist ne Truhe. Ne, ein Truhe. Upgrade-Module. Mit Titan? Nee, Upgrade-Module. Das ist ein Scheiß-Gegner. Warum krieg ich keinen mit Titan? Fuck. Oh, ich hab Titan, ich hab Titan, ich hab Titan. Ja, Titan-Erz. Nochmal. Geil. Ach so, ich komm zu dir. Warte, ich bin jetzt hier irgendwo. Oh, was ist das denn geil? Geiles. Nimm ich mit. Oh, das hätte ich bestimmt scannen können. Ach nee, doch nicht. Dann hätte die jetzt schon was gesagt. Was ist das denn geil? Was ist das denn geil? Was ist das denn geil? Ich hab noch ein Mikro. Kannst du da haben. Nee, ich hab auch eins. Danke. Kannst du behalten. Kannst du verkaufen. Verkauf. Oh, was ist das? Also hier rechts geht's nicht weiter. Alter. Titan. Ich hab auch Titan jetzt. Zwar nicht viel, aber... Es verärzt, dass man... Da haben wir aber 25 Schaden. Oh, geil. Ja, wir sind ja auf einem Risky-Planet, also... Aber das ist nicht so geil. Aber... Ach, hier ist auch Ende. Okay. Hier ist Ende. Ende über Ende. Haben wir jetzt durch, oder? Ich glaube. Aber das ist ja hier... Das sind ja nicht keine Hölottel. Das ist ja keine Hölottel-Stadt. Sondern es ist irgendwie ein alter, überfluteter Tempel oder so. Weißt du? Also rechts rum war nix mehr, ja? Nee. Kannst du aber gerne nochmal gucken, wenn du willst. Nö. Ich vertraue dir. Ist das hier? Warst du hier schon drin? Nee. Weiß nicht. Titan. Toll. Hab ich mich extra so beeilt. Da ist noch Titan drin. Hä? Eine leere Wasserflasche. Hä? Warte mal. Gleich in der ersten. Hab ich doch gerade genommen. Hä? Hab ich doch auf... Okay, hab ich vielleicht daneben geklickt. Keine Ahnung. So, wie geht's jetzt wieder wieder raus? Ach, hier hoch. Lass mich nicht allein zurück. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Juck die Nase irgendwie. Die Nase. Die Nase. Oh, Titan. Oh, Titan. Und jetzt? Hier lang, ne? Ich glaube ja. Ich meine auch. Hier schon? Ja, dann schon. Boah. Jetzt müssen wir aber eigentlich gleich draußen sein. Hm. 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 Ich glaube auch. Ach, hier. Ja. Ach, hier sind auch noch ein paar Drohnen. Fässer meine ich. Fässer? Fässer! Ein paar Fässer. So, gehen wir weiter nach rechts, oder? Ja. Oh, ich habe irgendwie ein bisschen die Schulter. Tut mir weh. Die rechte. Hast du ja gezert. Ich weiß nicht, ja, irgendwie. Oder verlegen. Ich habe kein sehr gutes Bett. Ich bräuchte mal ein besseres Bett. Weil ich habe ja auch Rücken. Ne? Rücken. Und, ähm, ja. Roher Fischal. Ach echt? Du auch? Nö. Aber ich wusste ja, dass es bei dir steht. Deswegen habe ich was gesagt. Hä? Was war das? Hast du gegen das Mikro geknallt? Nein, ich doch nicht. Ich meine, wir sind ja auch oft auf Planeten, wo dann irgendwie auch keine Stadt ist, weißt du? Jetzt schwimmen wir hier um den ganzen, äh, schwimmen durch den ganzen Ozean. Es kann auch sein, dass oben, ähm, vielleicht Inseln sind, ne? Weiß ich gar nicht. Meinst du? Kann sein. Nee, ist nix. Sind wir jetzt einmal rum? Das kommt mir so bekannt vor, dieses Loch. Nee, wir waren auf, wir sind da an, das war eben auch, wir sind bei einer Insel runtergegangen. Oder nicht? Also wo? Ah nee, es ging links weiter, stimmt. Äh, ich weiß es nicht. Sieht alles gleich aus hier unten, ist nur dunkel und nass. Gefällt mir gar nicht. Ah nee, das ist Schlamm, oder? Oh, eine Truhe. Oh. Oh, was habe ich denn da? Warte mal kurz, komm mal her. Stell dich, stell dich mal hin. Zieh mal die Hose aus, bitte. Was? Stell dich mal hin und zieh die Hose aus. Ich glaube, ich habe was gefunden, was dir gefallen könnte. Hä? Alter. Ja. Glaubst du ja nicht. Jetzt haben wir endlich die Gegenstände gefunden, die dir und mir am besten gefallen. Hä? Mir? Komm. Komm. Ich weiß doch. Oh, Schlingkorrelle. Was? Ähm. Also die Truhe da eben, wo das drin war, die haben wir, also die war neu, glaube ich. Deswegen vermute ich mal, dass wir hier noch nicht waren. Aber das sieht so ähnlich aus wie eben. Aber vielleicht kommt das einfach mehrmals vor, weißt du? Oh, da ist noch so ein komisches, glubschiges Loch. Nimm ich mit. Was? Komisches, glubschiges Loch? Ja. Mein Loch? Das ist noch eine Truhe. Yay. Glubschloch? Glubschloch. Was haben wir hier noch drin? Muschelschild. Na gut. Süß. Ich benutze eh kein Schild, aber. Ich habe gerne viel. Ich bin Materialist. Ich habe gerne viele Sachen. Und viel Geld. Genau. So ist es. Ach ja. Kann ich hier Doppeldings machen? Nee, kann ich nicht. Alter. Oh. Schon ein bisschen öde. Ja, ein bisschen langsam irgendwie. Ein bisschen breit. Schneeich. Also zwei langweilige Folgen hintereinander. Okay. Quatsch. Ist nicht langweilig. Also hier haben wir auch schon mal gesessen bei so einem Ding. Stimmt. Jetzt müssen wir eigentlich rum sein. Meinst du? Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir mal auf der Oberfläche gucken. Da ist noch so ein Ding. Hä? Nee, dann waren wir hier noch nicht, oder? Das kam nicht zweimal hintereinander, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Nee, weil... Das ist so... Wir sollten uns vielleicht mal sowas bauen, weißt du? Dass wir da irgendwie... So ein Schiff. Was? Ja, aber diese Schiffe, die können nur an der Oberfläche schwimmen. Nein, das meine ich doch gar nicht. Was denn? Irgendwas zu markieren, dass wir hier schon mal waren. Ach so. Wir können doch einfach ein bisschen von dem Terra... Bisschen Terraforming betreiben. Weiß ich auch nicht. Also bei den anderen Planeten habe ich es immer hingekriegt, das wiederzuerkennen. Aber das ist hier nicht so einfach. Nee. Ach, da ist noch so ein... Furzding. Was? Dödel... Dödelpflanze. Ich nenne die jetzt Dödelpflanze. So eine Dödelpflanze. Tief. Ich glaube, es sollte mal wieder hochgehen, oder? Du bist ungeduldig. Junger Paravan. Ja, ich weiß nicht, aber... Nee, das war das jetzt hier. Das war's. Na, dann aufwärts. Voll gruselig. Ich bin hier, wo das Licht so... Disco! 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 Disco-Ozean! Das ist der Disco-Ozean! Oh Gott, ist das gruselig. Hier draußen regnet's. Ach, siehst du? Hier ist alles Ding. Ja? Links. Ich bin an der Oberfläche. Ja, ich auch. Hä? Was ist er denn, ey? Ich hab das Gefühl, die tun mir was, deswegen schwimme ich lieber unter Wasser. Muss man was essen. Kann ich das so? Während ich so... Ich glaube, in dem Planet ist nix mehr, ne? Nee, irgendwie. Öde hier. Ja, es ist ja nicht der einzige Ozeanplanet, also... Müssen wir halt noch einen nehmen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Die Folge ist schon rum. Was? Ja, müssen wir in der nächsten Folge gucken. Ja, brauchen wir einen neuen. Oh, ich bin hier bei Gegnern und ich glaube... Oh, der ist ziemlich stark, der Gegner. Oh! Tschö! Pass auf, risky und so. Risky! Oh, ich hab hier... Ich hab ein Dorf gefunden. Was sind das? Wie Leute? Ja. Nee, ist kein Dorf. Ist eine einzelne Person. Ich schlag mal ein bisschen den Gong, dass du mich findest. Den Gong? Ah ja, ich hör was. Aber die sind voll stark, die Fächer. Oh, was hat der denn für coole Sachen? Tag. Klamotten, Klamotten, Klamotten. Klamotten, ja. Steht mir das? Ich glaube nicht. Pfützen... Pfützenfahrerhose, okay. Ciao. Hä? Hä? Die machen Sporen und Gift. Arschlochtiere. Arschlochtiere? Ja, die machen Sporen und Gift. Siehst du nicht, die haben ganz viele Arschlöcher. Ganz viele. Auf dem Rücken. Ganz viele Arschlöcher. Nee. Ja, das war glaube ich der, die Insel, oder? Nee, war die das? Nee, kann ja gar nicht. Kann ja gar nicht. Äh, wollen wir nochmal gucken, ob wir noch eine Insel finden? Nochmal ein bisschen an der Oberfläche schwimmen, oder? Ja. Vorsicht, dass sie hier nicht von denen... Nee, ich glaube die sind... Okay, die rein, die sind nicht gut. Die fliegen die alle nach. Oh, jetzt hier. Oh, 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 fuck you. Oh nein. Oh, oh, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. Das soll denn nicht passieren? Ey, du, dir laufen voll viele Viecher hinterher. Ich weiß. Ich hab... Jo, bleib bloß am Leben. Bleib bloß am Leben. Oh mein Gott, bitte komm schnell. Ja, ja. Bitte komm. Das war das nicht schön. Ich bin bloß sechs Dinger hinter mir her. Alter. Wir haben gerade alle angelockt. So. Oh, Gott sei Dank. Ich hab aber irgendwas aufgesammelt. Ja, ist wahrscheinlich... Meine, meine Dings bestimmt wieder. Nee, doch. Doch, meine Verbände. Was soll ich denn mit Wasser? Keine Ahnung, das war... Verbände... Oh ja, ach du Scheiße, wie viel Allah. Ja, ich hab ein paar angesammelt. Und ein bisschen Nahrung, aber die kannst du behalten. Verbände wären mir nur wichtig. Danke. Da liegt noch. Hm? Hinter dir. Ach so. Ja, davon hatte ich aber schon so viele. Das sind bestimmt... Sind das nicht deine, Junge? Nö, ich hab noch welche. Ich hab aber auch echt viele. Aber ich hab auch... Oh, was... Was seid ihr denn für fiese Gegner, ey? Stimmt. Die sind echt stark, Mann. Ja. Ja, ist halt Risky, ne? Risky? Risky. Oh nein, nicht die Viecher. Geronimo! Oh, ist das schön, wenn's hell ist. Da geh ich viel lieber schwimmen. Das stimmt. Yay, noch ne Insel. Yay! Das sind alles, ähm... Dingens hier. Oh, schon wieder Wasser. Nee, ich glaub, das war's jetzt, oder? Warte, da ist noch eine. Insel, 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 Insel. Schön. Ja, der ist grad abgesunken. Und da lachst du, ja? Ja, das lach ich. Das findest du witzig, ne? Das ist das Arschlochtier mit den ganzen Arschlöchern gewesen. Das ist grad abgesunken. Bleib bloß fern von mir. Ah! Wo, Alter? Ja, irgendwie ist hier keine Action mehr. Nee. Ah! Ja, hau ab. Ja, okay. Ciao. Okay, dann müssen wir in der nächsten Folge einen Ozeanplanet finden. Einen weiteren. Ja, richtig. Richtig. Ocean Nummer zwei, quasi. Ocean, ja, richtig, richtig. Was ist das denn? Kryonisches, kryonisches Extrakt. Ich, ey, ich hab kein Titanerz mehr. Oh, dann geb ich dir, warte. Ah! Kein Titanerz! Wo ist er denn wieder? Links. In meinem DHL-Lager. Titanerz. So, und hier von dem, da hast du mir, glaube ich, zu viel gegeben. Davon hab ich so viele. Nimm mal ein paar für dich. Hier. Ja, hier, bitteschön. So. Ähm, ja gut. Dann war das erstmal die Folge. In der nächsten Folge Ocean Nummer zwei. Ocean. Ocean, glaube ich. Äh, wir müssen mal gucken, weil hier gibt's, ähm... Müssten wir noch in einem anderen Sonnen... Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.